Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz ganz herzlich hier zum Liebesreading bei Cosmic Matrix und schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Liebesreading ist, weil wir jetzt auch in die Ferien reingehen für zwei Wochen und ich werde dann ganz bald für euch auch noch ein Jahresreading drehen. Das werdet ihr hoffentlich noch dieses Jahr halten. Ich muss gerade ein bisschen mit meinen Kräften haushalten, aber es ist auf dem Weg. Und genau, ich wünsche euch jetzt schon mal vorab allen wünsche ich euch frohe Weihnachten, frohe Weihnachtszeit, besinnliche Tage, dass ihr noch alles schafft, dass ihr dann Energie und Freude auch noch habt und die Feiereien schön verbringen könnt. Ja, dann habe ich uns heute hier das Liebesreading aufgebaut, habe auch wieder neue Karten dabei und stelle ich gleich vor und werde jetzt mal vorstellen, was ich hier habe. Hier wie immer die übergeordnete Botschaft für die Liebe und hier oben kannst jeweils du einen Stapel auswählen, ja, links, Mitte oder rechts und unten gegenüber dein Liebespartner, dein Gegenüber in deiner Beziehung, ja, wie auch immer die sich gerade gestaltet, der liegt unten gegenüber. Und Stapel 1 haben wir den Rhodonit, Stapel 2 haben wir den Magnesit und Stapel 3 rechts haben wir den Malachit. Ja, zwischen den 3 stapeln kannst du dich entscheiden. Hier oben bist du immer und alle sind hier willkommen. Solltest du hier reingepurzelt sein und du bist Single und du fühlst dich hier trotzdem hergezogen, dann schau einfach rein, lass dich führen. Hier oben haben wir eh viele Einhörner versammelt und ein Weihnachtsengelchen ist auch dabei. Bei mir ist sonst die Weihnachtsdeko ein bisschen mau. Ich dekoriere das nicht so gerne für Weihnachten. Ja, weil bei mir eh schon die Engel immer sind. Das ganze Jahr Weihnachten bei mir. Ja, genau ihr Lieben, denn wenn du magst, schwing dich ein, schließ die Augen kurz und verbinde dich und spüre mal, welches dein Stapel ist. Ich berühre mal die Klangschale und kann es sich ein bisschen entspannen, es dir gemütlich machen und mal lauschen in deine innere Intuition hineinhören. Ich berühre die Klangschale jetzt und dann hoffe ich, du hast dich entschieden und dir was ausgewählt. Ich beginne jetzt mal hier oben. Die Karten möchte ich noch mal vorstellen. Die hatten mir die Isabel Aris zukommen, das sind ganz neu erschienen. Ich denke dieses Jahr, wenn sie erschienen sind, ich schau nochmal. Genau, dieses Jahr herausgekommen und zwar die Schutzheiligen Helfer aus dem Licht. Ganz wunderschöne Zeichnungen sind das hier von der Isabel Aris, wo ich sonst die indischen Götter auch hatte, vom Aquamarine Verlag und da ist jetzt gleich unsere erste Karte. Ja, und die hatte ich gestern schon dabei. Wir schauen mal, wer heute kommt, welche Schutzheilige uns jetzt hier für die Liebe mitnimmt und Weihnachten begleitet. Hier kommt der San Stephanus. Werde außergewöhnlich. Na, das ist ja spannend, so kurz vor Weihnachten. Sehr schön gezeichnet. Ich finde die Karten ganz zauberhaft. Der trägt hier so eine Pflanze. Okay, schauen wir mal, ich lese jetzt mal ein Buch nach zum San Stephanus. Das ist Nummer 43. Gestern hatte ich Nummer 40. Ist ja lustig. Der San Stephanus sagt, werde außergewöhnlich. Wenn heute der heilige Stephanus dir sanft über deinen Scheitel streicht, bringt er dir die Erinnerung, wer du wirklich bist. Stephanus hilft dir, den Kopf frei zu bekommen. Er rät dir heute mit einem ruhigen Kopf und einem wachen Herzen durch den Tag zu gehen. Tiefe statt Tempo sind von dir gefragt. Nur wenn Kopf und Herz verbunden sind, kannst du wahrhaft Mensch sein. Ist das nicht total passend jetzt zu Weihnachten, dass wir ein bisschen mehr das Herz spüren und das Tempo vielleicht rausnehmen. Bedenke, du bist ein außergewöhnliches Wesen. Du stehst zwischen Geburt und Tod, zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen. Ein Balanceakt auf einem Hochseil, der tagtäglich bewältigt werden möchte. Der heilige Isador von Sevilla fand dafür die Worte, der Mensch steht in der Mitte der Schöpfung, zwischen Stoff und Geist, zwischen Zeit und Ewigkeit. Deshalb ist es notwendig, aus dem Lebenstrott aufzuwachen und ein außergewöhnlicher Mensch zu werden. Sei heute offen für ungewöhnliche Ideen und schöpferische Fantasien. Lebe im spielerischen Fluss einer möglichen Umsetzung. Außergewöhnlich zu sein, ist überaus gesund. Es gibt mehrere klinische Studien zu außergewöhnlichen Menschen, da sie ein besonders gut funktionierendes Immunsystem besitzen. Diese Menschen sind wahre Überlebenskünstler. Das ist ja spannend für Weihnachten. Irgendwie alles mal kreativ anders angehen. Die typische Überlebenspersönlichkeit vereint spielerisch und scheinbar gegensätzliche Eigenschaften. Sie ist logisch und intuitiv, ernsthaft und verspielt, Arbeiter und Faulpelz. So steht ihr im Notfall ein breites Repertoire vielseitiger Hilfsmittel zur Verfügung. Ja, ganz, ganz spannend. Die ist jetzt noch sehr, sehr viel mehr Text. Also werde kreativ, jetzt zum Beispiel auch was Weihnachten angeht. Vielleicht, ich sag mal, das Weihnachtsessen. Manchmal, wenn du jetzt jemand bist, der das dann für alle zubereitet, vielleicht hast du auch eine Idee, du bringst die Nachspeise mit, du bringst den Salat mit, du machst das. Oder irgendwie so, dass es ein bisschen aufgelockert wird und dass es dir Spaß macht. Oder, dass ihr zusammenkocht, dass man ein bisschen früher anfängt. Irgendwie so, dass nicht alles an dir hängen bleibt. Dass sie da ein bisschen auflockert. Also mich inspiriert das jetzt auch gerade. Es geht darum, dass du aus den ausgetretenen Trampelfaden herauskommst, deine Träume in diese Welt hineinbringst, dich dabei groß denkst. Und hier heißt es auch, dein Wille geschehe, ist die Affirmation oder der Himmelsschlüssel dazu. Und der war einer der ersten christlichen Märtyrer, der Mann, der St. Stephanus. Und ja, hat das auch gelebt in seiner Zeit. Und er hat was, sein, ach, das passt ja gut. Er bringt allen Menschen, die gegen Unrecht kämpfen, Frieden. Sein Festtag ist der 26. Dezember. Das passt doch sowas von, also liebe geistige Welt, vielen Dank, dass der jetzt hier gekommen ist. Und der hat hier einen Hafer, glaube ich, auch in der Hand. Es soll an die Steinigung des Heiligen erinnern. Also man hat die Priester mit Hafer beworfen. Das Brot für die Armen nannte man auch Stephansbrot. Der Stephans-Tag war bis ins 19. Jahrhundert der Tag, an dem die Dienstboten ihre Stellungen wechselten. Zur Ehren des Heiligen fanden Wallfahrten mit Pferden statt. Das Stephans-Wein war ein gesegneter Rotwein. Der wurde auf die Felder gegossen und auch getrunken. Also ganz, ganz spannend wurde der jetzt gesteinigt. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Es hört sich fast so an. Also ganz, ganz spannend hier. Eine Bauernregel nach ihm benannt heißt noch, bringt St. Stephan Wind die Winzer nicht fröhlich sind. Also am 26. mal schauen, ob da Wind ist. Aber bist du Winzer, weiß ich nicht. Okay, der begleitet uns hier. Dass wir alles mal ein bisschen vielleicht auflockern können. Vielleicht nervt dich irgendwas schon total lange an, der Geschenkewahnsinn oder irgendetwas. Ich finde es ja manchmal auch ein bisschen lustig schon fast, wie sich alle verrückt machen zum Heiligenfest. Genau, ich muss mal ein bisschen lachen. Da kann man eigentlich auch nur noch lachen. Genau, lacht unter dem Weihnachtsbaum. Wenn ihr einen Baum habt, wir haben jetzt keinen mehr, weil wir das nicht wollen. Okay, jetzt die nächste Botschaft. Um uns soll es hier nicht gehen. Deine nächste Liebeskarte. Hingabe und Verwandlung. Ja, wow. Also gebe dich hin an das Fest der Liebe auch. Und Wandlung, Verwandlung. Also es ist auch nochmal eine Zeit, wo du was loslässt, wo mehr Leichtigkeit kommt, wo du wirklich wieder von der Schwingung angehoben wirst. Ich denke, wenn dann die Feiertage anfangen, wenn es leichter wird, wenn so ein bisschen das Ausschlafen losgeht und dann wirst du auch in die Tiefe kommen, in die Seele reinkommen, ins Spüren wieder kommen und auch deine Liebe, den Zugang zum Herzen, die hat jetzt hier wieder mehr finden können. Ja, gebe dich den Prozessen hin, die dann kommen. Werde wieder weich, werde wieder offen. Und genau. Und ihr könnt gerne mir mal berichten, ob ihr irgendwelche kreativen Ideen habt, wie man das Weihnachtsfest noch gestalten kann. Finde ich ja, jedes Jahr ist es so ein Thema. Dann Maria Magdalena sagt auch noch, wer uns begleitet, am Weihnachten ist natürlich Jesus Christus. Na klar. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Also auch wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht, wenn du dich einsam fühlst, du bist nicht einsam. Jesus geht ganz nah bei dir. Er sieht alles, wie es dir geht. Auch deine schwersten Stunden. Er geht immer an deiner Seite. Und er sagt auch das, was ich vollbracht habe und noch viel mehr, das könnt ihr auch vollbringen. Also ich kriege das auch als ganz großen Trost, als ganz große Liebe, die zu dir kommt. Und auch nimm das, was im Außen stattfindet, nicht so wichtig. Spür wieder, was deine Energie eigentlich macht und was dir wirklich, wirklich gut tut. Und vielleicht schiebst du ein paar Sachen noch nach hinten, die nicht wirklich ganz wichtig sind. Genau. Dann fangen wir jetzt an. Ich finde es total spannend, dass Jesus dabei ist und der heilige St. Stephanus, der auch wichtig ist an Weihnachten. Und der uns auch vielleicht ein bisschen aufrüttet, der ein Märtyrer war, der seiner Zeit voraus war. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Stein, mit dem linken Stapel. Wenn du da bist, bist du hier. Deine erste Karte mit deinem Liebesreading. Oh Mann, ich habe gedacht, bestimmt ist sie wieder dabei. Das Gänseblümchen. Genau, das ist unser Dauerbrenner. Seit ein paar Wochen kommt sie ganz brav, das Gänseblümchen, immer wieder zu uns. Und ich habe da keinen Aufkleber drauf. Die sehen alle gleich aus. Die kommt dann echt raus. Die schaut mich dann an. Also das Gänseblümchen sagt, du hast schwere Zeiten durch. Es ist viel passiert. Ja, es war viel Traurigkeit da. Du musstest dich immer wieder aufrichten. Das Köpfchen hochstrecken zur Sonne. Und es hat dich manchmal wirklich Kraft gekostet. Und du bist trotzdem immer wieder aufgestanden. Egal, was kommt, das Gänseblümchen richtet sich wieder auf. Und so will auch dieses Blümchen hier, dich daran erinnern, jetzt auch im Winter interessanterweise wachsen die immer, wenn man mal schaut, dich wieder zur Sonne auszurichten. Ja, und auch Jesus ist bei dir. Du bist nicht allein, wenn jetzt harte Zeiten waren. Ja, ganz wichtig. Du bist geschützt und du bist geliebt. Und auch, wenn du vielleicht manche Sachen jetzt mal ein bisschen lockerer angehen willst, um Kraft zu sparen. Und vielleicht sagst du auch, kenne ich von manchen, jetzt lassen wir das mit den Geschenken mal ganz sein. Oder nur, wenn wir wirklich was uns inspiriert. Oder manche haben ja auch einfach nur Hartz IV. Da kannst du keinen Geschenkewahnsinn machen. Fühl dich damit okay. Mach dein eigenes Ding. Sei da einfach ganz echt. Weil darum geht es doch eigentlich auch gar nicht. An Weihnachten geht es um die Liebe. Ja, und genau. Dieses Thema beschäftigt mich schon so lange, wie weit dieses Weihnachten einen wegbringt durch dieses Kommerzielle von dem, um was es geht. Ja, du bist eine starke Person. Ruhe dich auch aus. Reinige dich ein bisschen. Schau, dass du viel schläfst, dass du genug trinkst an Wasser, meine ich jetzt. Dass es dir einfach gut geht und du dich jetzt erholst, damit du dich auch wieder zur Sonne emporstrecken kannst. Dann haben wir von den Seelenpartnerkarten. Schalte das Licht in deinem Herzen an. Das passt ganz ähnlich wie das Gänseblümchen. Konzentrier dich auf etwas, was Schönes. Mach vielleicht mal wieder so eine Traumreise. Visualisiere dir was. Oder schau wegen mir auf einen schönen Film. Mach etwas, wo du dich richtig glücklich und warm und geborgen fühlst. Und hier heißt es, erlaube dir jetzt in diesem Augenblick an eine Zeit zu denken, in der du Liebe erfahren hast. Das heißt auch wahrscheinlich, ist es vom Außen gerade ein bisschen heftig gewesen oder ist es noch. Ich erinnere dich an die Liebe. Also ich schicke dir hier ganz viel Liebe mit diesem Video. Du bist geliebt, ja. Auch wenn vielleicht die letzten Wochen, Monate herausfordernd waren. Die Liebe ist da. Und richte dich aus zum Licht. Dann haben wir noch direkt die Karte für die Liebe bei dir. Die Anziehungskraft. Er wird stärker werden, wenn du dich ausruhst, wenn du dich entspannst. Da ist, glaube ich, auch heute die Tagesbotschaft, dieses Innehalten. Wenn ich recht bin, genau, entspann dich, chill, Ruhe in dir. Du darfst auch mal einfach nur die Seele baumeln lassen. Das heißt auch, du brauchst Erholung. Wenn du selber in deinen Stress hineingerätst, dann kannst du die Dinge nicht schön finden. Dann bist du mehr im Kopf. Und es geht darum, wie diese Frau an der Rose schnuppert, einfach wieder mehr Zeit für die Sinnlichkeit zu haben. Du hast vielleicht ein bisschen sehr viel gegeben. Und es wurden viele Dinge vielleicht an dich herangetragen. Und jetzt darfst du wieder ein bisschen Kontakt mit der Seele suchen. Wieder in die Hingabe gehen. In die Öffnung gehen. Und auch diese Verwandlung geschehen lassen, dass jetzt wieder mehr Leichtigkeit kommen darf. Mit dem 21.12. sowieso. Nochmal so ein Tor, wo sich das wandelt und mehr Licht wiederkommt. Genieß das für dich. Schauen wir mal bei deinem Gegenüber rein. Ach was, ich habe die noch nicht umgedreht. Das geht eigentlich mit der Karte los. Genau, so rum geht es los. Ich drehe die dann nochmal um alle. Deine erste Karte. Bei deinem Gegenüber geht es gerade um Vergeben und Lernen. Da kommen nochmal Themen aus der Vergangenheit derzeit hoch. werden nochmal angeschaut. Aber um losgelassen zu werden. Und dass dein Gegenüber wirklich lernt, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Das ist gerade so eine Lektion. Vielleicht spiegelt sich das irgendwie zu dir rüber, dass du das merkst. Was ist denn da los? Entspann dich einfach. Das sind die Themen von deinem Gegenüber. Da ist gerade viel los. Und auch dein Gegenüber darf natürlich da wieder mehr in die Hingabe gehen. Und ich denke, wenn jetzt die Feiertage dann anfangen und das Tempo wieder rausgeht, was ja auch der heilige San Stephanus sagt, dass dann euch das gut tut, dass ihr wieder mehr in die Liebe kommen könnt. Dann haben wir die nächste Botschaft von deinem Gegenüber. Thema Anziehung. Bei dir steht Anziehungskraft und bei ihm Anziehung. Ja, wenn es ein männliches Gegenüber ist jetzt hier. Sonst drehst du dir das um. Sehr spannend. Habt ihr beide das Thema Anziehung. Also scheint euch beide da mehr Anziehung zu wünschen. Vielleicht wisst ihr auch beide, es ist noch viel zu tun. Auf jeden Fall. Die Anziehung ist irgendwie im Fokus bei deinem Gegenüber. Hier heißt es, wenn es in meinem Leben einen Menschen gibt, von dem ich mich angezogen fühle, öffne ich mich dieser Empfindung und zeige mich damit. Auch wenn dies mitunter Mut erfordert. Wenn alte Verletzungen in mir und dem anderen auftauchen, begegne ich ihnen in Liebe, um Heilung und Befreiung zu ermöglichen. Falls es gegenwärtig keine fühlbare Anziehung gibt, prüfe ich ehrlich, ob die Ursache dafür eine lebendige Zufriedenheit oder eine ängstliche Verschlossenheit in mir ist. Also auch selbst zu schauen, wo sind denn die eigenen Anteile, wenn die Anziehung nicht zustande kommt. Ganz spannende Ausrichtung. Also bei euch will sich da schon was entwickeln, aber ich habe das Gefühl, ihr braucht erst ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit zusammen oder dass einfach das Alltagszeug jetzt mal aufhört. Und dann an dich gewandt, weil ich dich liebe, überprüfe ich mich selbst, sehe ich wirklich dich oder meine Fantasien über dich. Das ist auch spannend. Und ob man wirklich genau sieht oder vielleicht mit irgendeinem Konzept und einer Meinung oder einem Vorurteil rumrennt, wo jetzt hier wieder nochmal die Vergangenheit reinkommt, Elternhaus, Meinungen loslassen, Dinge, die man vielleicht auch miteinander schon erlebt hat und eigene Gedanken, die man sich macht. Und einfach sehen, was ist hier wirklich da, wo fließt die Liebe und wo kommt man dann wieder ins Denken hinein, ins Urteilen hinein. Und ich habe einfach das Gefühl, es hat gerade ein Stück weit auch mit Stress zu tun. Und Jesus nimmt euch auch an die Hand, dass ihr wieder euer Herz mehr spüren könnt. Also da geht es schon voran. Und natürlich auch diese Energie von dem St. Stephanus, der euch auch an die Hand nimmt und sagt, vielleicht ist es auch erst der 26., wo es besser wird. Genau, vielleicht muss man das alles gar nicht so wichtig nehmen, diesen ganzen Weihnachtsprimorium. Genau, ich will keinem auf den Fuß treten, der es mit Weihnachten ganz, ganz doll hat. Es ist einfach nur sehr viel manchmal, finde ich. Mit Kindern und Schule und allem, was noch geschafft werden muss. Ich finde es einfach manchmal sehr viel. Von daher, wo ist dann noch die Freude zu spüren? Also es ist einfach so ein bisschen auch, was ich wahrnehme. Genau, aber so du das alles ganz besinnlich findest, dann lass das einfach komplett hier bei mir. Ja, dann kommen wir jetzt in die Mitte, wenn du den hast. Und ich wünsche euch vom Rononid vom ersten Stapel eine schöne Weihnachtszeit. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich mich auch ein bisschen erholt habe. Und genau, jetzt kommt erst mal die Mitte dran. Alles klar, machen wir mal deine erste Karte an. Kraft der Weiblichkeit begleitet dich die Waldkiefer. Ist ja auch eine tolle Energie, ein toller Baum. Ist dein Weihnachtsbaum wahrscheinlich. Die Waldkiefer. Ich schaue dir mal nach, was die für eine Info hat. Und ich habe auch noch ein ganz tolles Buch bekommen. Fällt mir jetzt ein. Das ist auch von der Isabel Aris. Muss ich jetzt euch auch noch zeigen. Und zwar ist es die Baummedizin. Passt jetzt gerade. Und ich unterrichte ja auch Baum-Yoga und ich liebe Bäume. Und das könnt ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Ja, Baummedizin, die heilende Kraft der Waldöle. Wenn du da dich interessierst, dieses Buch muss ich auch noch ganz in Ruhe durcharbeiten. Ich hatte noch keine Zeit, aber es spricht mich total an. Und ich mache, wie gesagt, auch Baum-Yoga. Da haben wir dann auch mal so eine Kiefer und dann gibt es dazu Yoga-Übungen. Das ist ganz toll. Jetzt bei dir, die Waldkiefer, schaue ich nach. Und wollte euch natürlich noch von diesem anderen Buch erzählen. Okay. Ich schwinge im höchsten weiblichen Licht, heißt es hier. Ich bin der Baum der göttlichen Geburt. Das passt aber auch gut zu Weihnachten und erwecke in dir deine Göttlichkeit. Ich bin geweiht mit den hohen Schwingungen der großen Mutter und dem Licht von Artemis. Deine göttliche Geburt beginnt mit der Annahme deines Lebens in der dualen Welt. Hier ist mein Reich, hier bist du jetzt. Hier will deine innere Göttlichkeit sich ausdrücken. Dein Atem zeugt vom Leben und Sterben und so atme einmal bewusst ein und sage Ja zu allem, was ist. Und beim Ausatmen lasse das Leben los. Atme ein und lebe. Mein Duft ist das, was dich mit deinem göttlichen Kern verbindet. Atme mich ein und aus. So will ich dich berühren, will dich erwecken im neuen Licht. Das passt jetzt auch, wenn du echt so einen Tannenbaum hast. Das Tannengrün riecht auch immer so schön. Das ist ja auch so eine gewisse Aromatherapie. Vielleicht einfach nochmal bewusster einatmen, wenn du so einen schönen Tannenzweig oder so wie es ist. Das ist ja zwar eine Waldkiefer, aber einfach allgemein. Diese Düfte sind ja wunderbar. Und ich verbinde dich wie keine andere Energie mit dem Element Luft, dem Meisterelement, dem Beherrschen der Gedanken. Die heiligen Frauen und Männer deiner Ahnen wussten um meine Macht. Nun nutze du sie. Atme ein und nimm dich und dein Leben an. Nimm deinen göttlichen Kern an und zeige ihn fort an der Welt. Es nutzt niemanden, wenn du dein hohes Licht unter den Scheffel stellst. Freue dich, auf dieser Welt zu sein jeden Augenblick. Also wenn ihr nochmal jetzt echt so einen Waldspaziergang machen könnt und vielleicht erkennst du so einen Kiefer auch, dann schau doch mal, was dich die Kiefer lehrt. Oder dass du einfach wirklich, das kam auch beim Heilkreis immer wieder raus, dass es ganz wichtig ist, tief zu atmen. Das haben sie wirklich mehrfach laut gesagt. Atme, atme. Und hier haben wir auch die Waldkiefer drin in dem Buch von der Isabel Arez. Und da kann man ätherische Öle machen. Ich glaube, man kann die Kiefernadeln auch essen. Ich habe schon mal so Nadeln gegessen. Und es ist ganz spannend. Hier ist es sehr, sehr toll aufgeschlüsselt in diesem Buch. Also ich liebe das. Sehr schöne Fotos auch drin. Genau. Vielleicht willst du es verschenken. Hast du noch einen Geschenktipp? Genau. Dann haben wir noch eine Karte bei dir. Tu etwas für jemand anderen. Ja, mit jemandem jetzt noch mal Zeit verbringen. Zu jemandem eine liebe Botschaft bringen. Vielleicht zu deinem Geliebten oder deiner Geliebten. Etwas für jemand anderen tun. Ist ja genau Weihnachten eine gute Zeit. Vielleicht magt ihr noch Plätzchen zu versammeln oder ihr verbringt Nachmittag zusammen mit wem auch immer. Irgendjemand möchte ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Schenke jemandem deine Aufmerksamkeit, wenn es jetzt wieder möglich ist. Ja, wenn die Feiertage anfangen. Dann schau, wer da mit dir zusammen sein will. Dann haben wir für die Liebe noch. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert, sagt die geistige Welt. Also das sagt ja auch diese Karte, ja, dass du ein göttliches Wesen bist und dass du dieses Leben hier annehmen darfst. Also es darf noch mal sehr viel mehr Selbstliebe in dir wachsen und dafür brauchst du jetzt glaube ich auch ein Stück weit Erholung, ja. Dir werden die Feiertage jetzt sicherlich auch sehr, sehr gut tun. Ich schaue jetzt bei deinem Gegenüber. Ich hatte nur die Karten noch nicht umgedreht. Das heißt, die Reihenfolge ist nicht richtig. So rum sollen die sein. Okay, die erste Karte bei deinem Gegenüber. Hier geht es derzeit um Befreiung bei deinem Gegenüber. Also irgendwas ist auch gerade zu viel. Im Glaubenssatz irgendwas lastet auf deinem Gegenüber. Es geht um Befreiung. Vielleicht ist es auch zu viel Kopf derzeit. Vielleicht sind es noch mal Themen, die man noch mal wegschieben muss, weil man jetzt einfach dann in die Feiertage hineingeht. Und irgendwas möchte man wieder mehr kontrollieren. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wird von außen zu viel mitgeredet und dein Gegenüber hat da einfach zu viel an Einflüssen derzeit reingelassen. Und die Verbindung zum Herz wird gerade nicht mehr so gespürt. Und da jetzt einfach wieder dieses bei sich ankommen, sich sammeln, sich wieder spüren, braucht dein Gegenüber jetzt gerade richtig. Also sich mal freimachen von allem. Als nächste Karte kommt Lieben, Lernen. Auch spannend. Ja, bei dir geht ja auch nochmal Thema Selbstliebe und hier Lieben, Lernen. Ich betrachte meinen Partner und mich als Lernende in der Liebe. Als Lernende dürfen wir Fehler machen und Erfahrungen sammeln. Wir meistern unsere Herausforderungen Schritt für Schritt. Ich lerne sowohl klar und ehrlich als auch nachsichtig und geduldig mit mir selbst und meinem Geliebten zu sein. So öffne ich mich dafür unbeirrt und hingebungsvoll der Liebe zu dienen und von ihr und durch sie zu lernen und zu wachsen. Ganz spannend. Also ja, es geht auch einfach darum, wie das ist hier auf der Erde, wie das mit den ganzen Anforderungen von außen ist und wie das mit der Liebe ist, dass wir das einfach lernen und dass man vielleicht auch da noch hier ein Stück weit die Verwandlung zulässt, die Hingabe noch mehr fließen lässt und auch einfach lernt, wie geht Liebe, weil häufig lernen wir Menschen über Schmerzen, aber ich wünsche mir sehr für die Zeit bis 2035, dass wir Menschen lernen, über die Liebe zu lernen und nicht über die Schmerzen, sondern durch das Positive, durch die Freude mehr zu lernen, dass wir diese Ausrichtung haben, und auch lieben, richtig lernen, das finde ich eine super Ausrichtung hier bei deinem Gegenüber. Ja, dass wir da mal einfach so Märtyrermäßig aus dem alten Denken mit Dualität und Schmerz mal aussteigen und einfach mal über schöne Erfahrungen lernen. Hier, weil ich dich liebe, es geht jetzt an dich gewarnt, von deinem Gegenüber, fühle ich mich bei dir sicher und warm und geborgen. Ach, das ist doch eine Liebeserklärung, das ist doch richtig schön, also das ist jetzt für dich nochmal ein Satz zu Weihnachten, ja, wenn dein Gegenüber mit dir ist, fühlt er sich wunderbar, oder sie und geborgen, dann ist alles gut. Genau, und dass wir einfach hier auf der Erde mal lernen, über schöne Dinge zu lernen, wünsche ich mir so für uns alle, für das neue Jahr, für die nächsten zehn Jahre, dass es einfach mal so ein Umdenken gibt, ja, dass wir Menschen nicht immer erst den Schmerz brauchen, sondern wirklich über Schönes lernen, über schöne Erfahrungen und uns auch darüber austauschen, ja, wenn man sich trifft, dass man sich auch schöne Dinge erzählt, nicht nur schreckliche Dinge, also das ist irgendwie interessant, dass es bei den Menschen die Dunkelheit oder so auch eine relative Faszination ausüben, ne, habe ich so das Gefühl. Kannst ja mal schauen, ich wünsche mir, dass einfach die, für uns alle als Kollektiv die schönen Momente unser Lehrmeister werden und die Liebe. Genau, jetzt kommen wir schon zum dritten Stapel, ich wünsche euch schöne Weihnachten, lasst es euch gut gehen und wenn du hier den Malachit hast, dann bist du jetzt dran. Deine erste Botschaft für Weihnachten sozusagen, für die Liebe. Ah, wie toll, du hast die Aurora gezogen, ist voll die Powerfrau und die kommt hier mit einer Cobra glaube ich daher und ich lese dir die Aurora vor, die sieht ja richtig, richtig powerful aus und nach einer sehr strahlenden Aura, so wie der Name auch schon klingt. So, wo haben wir sie denn, die Aurora? Die lese ich dir jetzt vor, ich bin Aurora, mein Name bedeutet lebendiges Seelenlicht. Ich bin hohe Priesterin in Lemurien, mein Tempel ist die Natur, sind die alten Wälder mit den hohen Bäumen, dieser ganz eigenen reinen Luft und dem Spiel des Lichtes, das durch das Blätterdach fällt. Ich wirke in jenen Kathedralen, die von der göttlichen Quelle allen Seins erschaffen wurden, die Berge und Täler, die Wälder und Höhlen, ja, und auch die wundervollen Strände. In diesen Kathedralen bist du deiner Seele ganz nah. Wenn du bei Sonnenaufgang allein an einem weißen Sandstrand stehst, wenn der warme Wind durch dein Haar streicht und du dein Herz öffnest, dann spürst du die Kraft deiner Seele. Vielleicht fährst du auch in Urlaub über Weihnachten, vielleicht bist du am Strand. Dann spürst du, dass du mit allem eins bist und deine Seele schwingt mit der aufgehenden Sonne dem Wind und den Wellen des Meeres zu deinen Füßen. Deine Kraft liegt in der Einheit. Deine Kraft ist die Liebe, du bist ein göttliches Wesen und deine Seele weist um eine göttliche Ordnung in dir, eine Vollkommenheit, die wie ein bezauberndes Lied in dir schwingt. Du kennst mich aus Lemurien, dort habe ich dir alles über die Kraft von Klängen und Tönen beigebracht. Alles ist Ton, alles ist Schwingung, alles ist Musik. Deine Seelenfamilie ist wie ein betörendes Lied voller Schönheit und du bist ein Ton davon, ein Klang. Ist das nicht schön? Doch das vollkommene Lied schwingt auch dann noch in dir, wenn du deine Seelenfamilie verlässt, um zu inkarnieren. Durch das Lied seid ihr immer verbunden. Und dein Klang bleibt wie eine Erinnerung. Dieser Klang ist am Ende auch der Weg, der dich nach Hause bringt, damit du wie einst wieder Teil des Liedes werden kannst. Alle Erfahrungen, die du von deinen Reisen durch unzählige Leben mitbringst, sind wie ein weiteres Instrument, das das Lied voller und kräftiger werden lässt. Deine Erfahrungen sind nicht nur für dich, sie sind für alle Seelen deiner Familie. Sie bringen allen Wachstum, wobei dieses Wort für das, was es bedeutet, nicht das Richtige ist, aber es gibt kein anderes in der menschlichen Sprache. In Demorien haben wir Töne in Kristalle eingebettet. Es waren Kristalle des Wissens, Kristalle, Wissen um Heilung, Wissen um das Leben, Wissen um Vervielfältigung, Wissen um Teilung und vieles mehr. Wir hatten riesige Hallen voller Kristalle. Sie hatten die Form von rechteckigen Scheiben und waren in gigantischen Bibliotheken für jeden zugänglich. Doch damals hatten wir keine solch grobstofflichen Körper und so waren die Töne etwas, was uns vollkommen durchdringen konnte. Doch sind es am Ende die Töne, die ein grobstoffliches Sein wieder in ein feinstoffliches Sein verwandeln können. Dies nenne ich Hoffnung, dies lässt mich lächeln, finde den Ton deiner Seele. Wow, also das ist so eine schöne Botschaft und eigentlich ist es ja auch eine Weihnachtsfarbe, Rot und Grün und wir singen ja auch an Weihnachten, also wenn du gerne singst, dann sing jetzt wirklich nochmal. Singen ist so wichtig, weil du dann dich auch spürst und alles so schwingt und für alle, die das möchten, kannst du an mich anschreiben, ich werde es dann in die Kommentare schreiben, wenn es dir wichtig ist, ist hier noch etwas angegeben, du kannst einen speziellen Ton, eine Frequenz auf dich draufschreiben, damit das Licht wieder in dir mehr schwingt, wenn dir gerade das Licht fehlt, dann schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das hier kommentieren, für euch, wie das geht und ja, also ich finde das ganz, ganz spannend, denn dass du auch weißt, dass alles, was du hier lernst, wieder in deine Seele zurückgeht als Erfahrung und das zeigt mir auch wirklich, dass Jesus auch wirklich bei uns ist und wir hier nicht allein sind und sogar, sage ich mal, die Seelenfamilie darauf wartet, was haben wir hier in diesem Leben gelernt, also das macht dir ein Stück weit Mut, finde ich, ja, ganz, ganz schön, schauen wir mal, strahle in dieses Weihnachten hinein und vielleicht magst du auch singen und vielleicht liebst du auch etwas mit Kristallen zu machen, vielleicht magst du auch Kristalle verschenken und mal so ein Gebet hinein singen, das kannst du wahrscheinlich, wenn du da so einen Zugang hast, natürlicherweise, wenn dich das jetzt anspricht, dann erinnert dich das daran, dass du das kannst, genau, ihr Lieben, dann nächste Karte, zeige kleine Gesten der Freundlichkeit, eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir neue Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen, sehr, sehr schön, voll die schöne Karte auch, ja, jetzt kommt ja Weihnachten, wo wir uns kleine Gesten der Freundlichkeit auch schenken und wie gesagt, es kann auch ein schöner Anruf sein oder ein schöner Brief oder eine Karte oder einen Tee trinken miteinander, also ich finde so diesen Fokus weg von einfach nur etwas zu kaufen damit es irgendwie teuer ist und der andere sich gewertschätzt fühlt, sondern einfach auch wirklich, dass die Seele mit dabei ist und dein Herz mit dabei entscheidet, was das Wichtigste ist mit diesem Menschen, was der wirklich braucht und was man geben kann, was Freude macht, was auch vielleicht wieder einen an das dahinter erinnert, an die Seele, ja, so ein Seelengeschenk und das kann manchmal auch wirklich nur ein Zuhören sein oder einen Moment, eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit miteinander zu verbringen, das ist ja sehr wertvoll und also das bezieht sich jetzt nicht nur auf dein Gegenüber, sondern glaube ich auf allgemeine Botschaft und dann haben wir für die Liebe, was auch nochmal ins Bewusstsein kommt, ist nochmal Ex-Energien, also von den Exen, das hört sich an die Exen, also von Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen darfst du loslassen, da will sich nochmal jetzt was aus deiner Aura reinigen, wir haben ja auch die Wandlung, dann kommst du nochmal mehr an die Leichtigkeit, dann fließt es auch in deiner Beziehung jetzt besser, wo du bist gerade und ja, manchmal klammerst du dich vielleicht unbewusst noch an was Schönem fest oder auch an einem Schmerz, du darfst es auch nochmal aufschreiben, die Dame hält ja hier so einen Zettel in der Hand, vielleicht magst du es auch nochmal aufschreiben und vielleicht auch verbrennen, so ein kleines Ritual machen, wirklich nochmal alle Ex-Beziehungen loslassen, das könnte wirklich für dich nochmal eine neue Tür öffnen in die Freude und in die Leichtigkeit. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber rein, da haben wir jetzt, ach ne, die wollte ich ja umdrehen, habe ich vergessen, gehabt am Anfang, erste Karte ist diese und zwar Thema Leidenschaft taucht wieder auf bei deinem Gegenüber oder ist gerade aktiv an Weihnachten jetzt oder so da, also entweder jetzt schon oder erst zu Weihnachten, weil wir haben ja hier zwei Wochen drin und ich denke, dass die Energien sich schon sehr wandeln werden, wenn wir in Weihnachtszeit reinkommen und alle so ein bisschen mehr Ruhe haben. Erlaube deinem Herz und deiner Seele vor Freude zu singen, vielleicht konnte dein Gegenüber das jetzt länger nicht so spüren, vielleicht war einfach viel im Außen, aber wenn man da wieder in die Tiefe kommt mit der Seele, dann kommt es wieder, dass da die Leidenschaft einen packt, also dein Gegenüber wünscht sich da gemeinsame Zeit, Zeit für ja, Erotik, Zeit miteinander und dann haben wir eine nächste Botschaft an dich, oh, was nochmal als Herausforderung auftaucht, ist das Thema Schmerz, irgendein Seelenschmerz taucht auch nochmal auf, wird gereinigt, wird erkannt, vielleicht etwas Eigenes oder etwas, was ihr miteinander hattet oder wo man nochmal dran erinnert wird jetzt derzeit, reinigt sich nochmal was, ja, also ist auch nochmal ein Schmerz da, Weihnachten ist auch für manche nicht so einfach und nicht so schön und genau, je nachdem, ist es auch eine Zeit, wo man sehr schwierig sein kann, kommt nochmal ein Seelenschmerz zu Tage an Weihnachten mal deinem Gegenüber, ja, schickt mal noch an Jesus mit hin, habt ja auch den Malachit, den Heiderstein drauf, vielleicht kann man ja auch wirklich ein Steinchen schenken, der hilft, weil ich dich liebe, an dich gewandt jetzt, bin ich aufrichtig und sage, was ich brauche und was ich geben möchte, sehr, sehr schöne Botschaft, also irgendwas arbeitet da noch in euch und etwas will sich da noch weiter bewegen, etwas ist noch nicht ganz fertig, ich weiß ja nicht, wo ich steht, ist ja ein allgemeines Reading, aber irgendwas ist noch am Entstehen, am Werden und vielleicht braucht ihr jetzt einfach mal diese Zeit und vielleicht von dir so eine freundliche Geste, ich weiß nicht, was war, was ihr durchgemacht habt, ob du noch in der Ex-Beziehung sehr fest hingst, innerlich noch nicht loslassen konntest, dein Gegenüber das vielleicht auch mal spürt, auf jeden Fall wünsche ich euch, dass jetzt ihr wieder mehr ins Herz kommt, die Liebe Feiertage verbringt, wie auch immer, ob ihr die irgendwie experimentell anders verbringt hier mit diesen Märtyrer-Energien und einfach mal alles ein bisschen anders macht, wünsche euch eine Entschleunigung, auch, ja, dass euch die Engel begleiten und die Liebe das tragende Element hinter allem ist und ihr immer mehr spürt, dass euch die Liebe verbindet mit den Menschen, die ihr liebt. Okay, und mit allen Menschen sowieso verbindet uns die Liebe auch, nicht nur mit den, die wir in Liebesbeziehungen gehen, sondern alle Menschen sind verbunden. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch die schönsten Energien jetzt, mögen euch die Lichtwesen begleiten, die Engel begleiten und möge es besinnlich und wunderschön und zauberhaft sein und das innere Licht immer mehr leuchten, ab dem 21.12. Alles Liebe auch von mir, lass es dir ganz gut gehen und ich freue mich, wenn du kommentieren magst. Alles Liebe, Satna. und leuchtt Vielen Dank.